und damit willkommen bei shelterg live und wieder mal ein neues spiel auf meinem kanal und ja wir werden heute mal so als einstieg einfach mal ein multiplayer 2 gegen 2 machen ne 1 gegen 1 oh er haut natürlich direkt ab keine ahnung was ich mache heavy fleet vielleicht am anfang erstmal ok also ich muss deutlich weiter nach rechts ich glaube das ist jetzt wieder viel zu weit ne passt passt mini v so sollte eigentlich passen alter jetzt noch die minions ach schade ich mache einfach mal den back roller und versuche ihn damit zu treffen nice äh ok ich weiß nicht wirklich was ich nehmen soll 10 coal vielleicht napalm und tracer ok äh ist gar nicht so leicht ich könnte jetzt eine gute waffe wasten oder es klappt richtig gut eins von meinem ich glaube er trifft aber gut ich glaube er trifft aber gut was ich habe zwei tics nach links gemacht das kann doch nicht euer ernst sein äh ich versuche es einfach mal ich glaube nicht dass ich dieses match gewinnen werde aber man wird ja sehen ja er hat kann der eimer sich nicht bewegen ich bin nicht so mega gut in dem spiel aber es sieht gut aus ich bin nicht so mega gut in dem spiel aber es sieht gut aus bisher seine portal hat nicht funktioniert ich versuche es jetzt einfach kommen nein oh ey oh was was bekommen wir driller pepper natürlich ich versuche es einfach mal ich meine große chance ihn zu treffen habe ich so oder so nicht er will das paket haben oh gott nein 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 ja aber jetzt kann ich dafür wenn ich das jetzt nicht komplett falsch mache sunburst einsetzen und vielleicht töte ihn ja schon weil ja das ist schon viel ich meine es macht viel damage 93 aber ich habe auch nicht mehr viel ok Please Goddammit Ich stell mich Oh, ich wollte mich da so drunter stellen Also ich könnte das jetzt verlieren Oder Oh Gott, wenn das jetzt trifft Wenn es jetzt trifft Ja, bitte Ich dachte schon Gigi Und gewonnen Hätte ich echt nicht gedacht Also es war jetzt auch Es war knapp klar So Backrowlocker upgraded Der ist besser als der dritte Muss man leider so sagen Und Ne, das hier ist meins Das habe ich mir gekauft Und ja So habe ich meinen Tank Es gilt als nächstes Gehe ich erstmal auf hier Anziehen Dings Und danach auf Lack Weil Keine Ahnung Kisten sammle ich so gut wie nie ein Und ja Wir sehen uns natürlich gleich wieder In der nächsten Runde Noch eine Ich würde sagen Wir machen noch eine Okay Gegen MRT77 Das sollte eine gute Anfangswaffe sein So Wenn man die Richtung rausfinden will Der benutzt Spider Was nehme ich Was ist schlechter In der Hoffnung Dass ich mich selber treffe Nicht schlecht Äh Ja komm Boah Kann Damage machen Jetzt War jetzt nicht sonderlich viel Aber wenn man damit richtig trifft Glaube ich kann die Waffe ganz gut sein Geht der Heavy Ring Wenn er hier gegenfällt Trifft er ihn dann Oder Kann man die nicht auch runterleveln Jetzt Oh Ich komm aber auch nicht wieder hoch Was soll ich machen Der steht halt echt gut Da muss ich wieder Meine komplette Route ändern VW Ja schießt noch eine Spider Geht aber ein bisschen daneben Kann mich zwar noch treffen Aber Hat nichts Oh ist das Ist das nicht dieser Seppi oder wie der heißt Ja ist es Schießt einfach irgendwas Ich glaube nächste Runde Bekommen wir auch neue Waffen Ich versuche es einfach mit Quicksand Yes Oh und es trifft sogar Ich riskiere es Heavy Ring macht halt so extrem viel Damage Aber Aber Ach komm Aber Ach ey Warum müssen die sich heute alles bewegen Sonst tun sie das nie Aber sonst Trifft auch perfekt Soll ich die Gears mitnehmen Sind eigentlich mir nicht so wichtig Ach komm Trifft sogar was oder Nee Regenbogen Nee Der ist zu wichtig Sprouter Der hat nämlich auch so eine gute Chance Wenn ich den nicht in der Mitte treffe Kann er ihn trotzdem so treffen Außer man ist natürlich so extrem weit weg Waterworks genauso Also ist dieselbe Waffe nur mit Wasser Party type Okay Vielleicht treffe ich ihn ja mit dem Satellit Satellit ist eine Waffe Die kriegt man nach dem Singleplayer Also wenn man den durch hat Aber ist jetzt nicht so stark Und hitet natürlich nicht so geil Und der hat einen Snowball Komm triff ihn Nein Andersrum Oh Schade Ich versuch mal was Wird wahrscheinlich nichts Nee wird nichts Schade Er trifft mich aber Alter wie kann man so ein Lack haben Oh hätte der mich getroffen ohne Scheiß Hätte mein eigener Twinkler Hätte mein eigener Twinkler mich dadurch getroffen Rage Grid Regenbogen Komm Jetzt Jetzt mach ich ihn tot Nee Nee dafür reicht Das reicht nicht Aber Schon mal immerhin Nur noch 40 Damage Was Ja gut Aber immerhin 55 Und ne Strapnell Das ist sozusagen ne Granate Und nochmal krasser Oh Schon wieder ne gute Waffe Geupgradet Und ja Ich hoffe natürlich Euer hat's gefallen Wir skillen hier in Das Würde ich sagen Und wir sind's das nächste Mal Bis dahin Ciao